Der Co-Pilot von Microsoft kann dir dabei helfen, schnell und einfach aus einem Vorlagentext unterschiedliche Textarten oder Textrichtungen generieren zu lassen. Ich habe auf unserer Schul-Homepage einen Text zu einer Lesenacht gefunden. Diesen Text hätte ich nun gerne auf Englisch übersetzt. Einmal gehobenes Englisch, wie es ein Adeliger sprechen würde und einmal einfaches Schulenglisch. Diesen Auftrag gebe ich nun an den Co-Pilot. Erstelle zu diesem Ereignis zwei englische Texte. Text 1 soll gehobenes Englisch sein, wie es ein Adeliger verwenden würde. Text 2 soll in einfachem Schulenglisch geschrieben sein. Darunter habe ich den Kurzbericht von unserer Schul-Homepage eingefügt. Ich sende diese Anfrage nun ab und erhalte innerhalb kürzester Zeit zwei unterschiedliche Texte. Nun ist es im Unterricht schnell und einfach möglich, die Unterschiede aus den Texten herauszuarbeiten, sich einzelne Wörter genauer anzusehen und auch zu analysieren, wie unterschiedlich die Texte formuliert sind. Mit demselben Grundgedanken im Hinterkopf habe ich nun eine neue Aufgabe für den Co-Pilot. Er soll zu dem Text unserer Schul-Homepage über die Lesenacht zwei unterschiedliche Berichte schreiben. Bericht 1 soll im Stil einer Boulevardzeitung entsprechen und Bericht 2 soll einer seriösen Tageszeitung entsprechen. Diese Anfrage habe ich bereits eingegeben, zusätzlich habe ich den Bericht eingefügt und klicke nun auf Senden. Nach kurzer Zeit hat mir der Co-Pilot nun die beiden Berichte erstellt. Wenn man sich die ersten Zeilen der beiden Berichte durchliest, kann man schon nach kurzer Zeit feststellen, dass die Stile wirklich sehr unterschiedlich sind. Bericht 1 beginnt mit den Zeilen Und der seriöse Bericht beginnt mit Die Schülerinnen der Schule haben in ihrer letzten gemeinsamen Schulzeit eine Lesenacht in der Schulbibliothek veranstaltet. Wie du bereits an den ersten Zeilen erkennen kannst, sind die beiden Berichte stilistisch komplett unterschiedlich. Diese Unterschiede lassen sich im Unterricht nun wieder genau herausarbeiten und so die beiden Berichte analysieren. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie schnell und einfach es mit Hilfe des Co-Pilots möglich ist, sich einen Text übersetzen zu lassen oder auch in unterschiedlichen Stilrichtungen schreiben zu lassen. So bekommst du die Möglichkeit, im Unterricht schnell und einfach Textsorten und auch Textstile vergleichen zu können.